Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Was war da meine Fresse gestern los? Erst wurde gesagt, okay, Bitcoin ETF kommt, dann, keine Ahnung, drei Minuten später wurde gesagt, okay, die SEC wurde gehackt auf Twitter, also auf X, und dann ging die wilde Fahrt aber richtig los. Wir haben Bitcoin kurzfristig bei 48k gesehen, also unser Mindestziel, komischerweise, unsere Analyse wurde getroffen erst einmal, dann ging es schnurstracks nach unten hin in unser Golden Pocket, also auch dieses T-Level wurde erreicht, und jetzt konsolidieren wir hier und stehen da wie bestellt und nicht abgeholt. Wir wissen jetzt einfach selber nicht, was passiert, wir haben dann nur gesehen, okay, Ethereum pumpt nach oben und Bitcoin liquidiert hier alles in beide Richtungen. Wie könnte das jetzt weitergehen, sehen wir jetzt möglicherweise heute doch nochmal einen Pump, wenn dieser ETF kommen sollte oder nicht, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt heute mal ein bisschen genauer angucken, und natürlich vollen Fokus auf Bitcoin und dann mal ganz kurz so, ja, auch auf die traditionellen Märkte werfen. Bevor wir aber starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, natürlich alles for free, und da haue ich dann immer auch mal so ein paar Updates raus, die werden wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen besprechen, und wenn ihr das alles auch traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen, mit dem Link unten in der Videobeschreibung kriegt ihr nochmal 10% Rabatt lebenslang, könnt Krypto, Forex und die Stockmärkte da natürlich traden. Jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin bei knapp 46.000 US-Dollar, und ihr seht hier, was das gestern für eine Bewegung war. Innerhalb von Minuten ging es hier in eine 8% Range rauf und runter. Wir haben leider nicht über dieser Marke hier oben geschlossen bei 47.000 US-Dollar, es ging zwar bis 48k, und ihr könnt euch gestern noch daran erinnern, gestern habe ich noch gesagt, und ich habe es auch dann in die Telegram-Gruppe reingeschrieben, wo haben wir es denn? Pump bis zum ETF-Approval, auch wenn es jetzt ein Fake-ETF-Approval war, eingetroffen. Danach Dump, wie beim El Salvador, Crash. Alle denken, okay, es wird jetzt geil, die Party geht los, und dann dumpen wir instant nach unten. 48k war das Mindestziel, wir haben alle relevanten Bereiche abgearbeitet, und normalerweise wäre jetzt grundsätzlich das Ziel 38.000 US-Dollar gewesen, weil hier unten einfach uns Support liegt. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, das ganze Ding war Fake. Also, Elon Musk hat es mittlerweile bestätigt, dass es komprimiert wurde, irgendwie das Konto, und deswegen auch dann diese News rauskam. Und meine Theorie, es ist halt jetzt verdammt schwer, wie wir hier jetzt vorgehen. An eurer Stelle würde ich einfach die Finger von dem ganzen Mist sitzen lassen, einfach mal gar nichts machen, das sacken lassen. Weil theoretisch kommt heute dieser ETF, sollte dieser ETF heute wirklich kommen, trotz dem, was da gestern passiert ist, wobei ich immer noch denke, das hat irgendwelche andere Hintergründe, aber gut, sei mal dahingestellt, gehe ich immer noch davon aus, dass wir zumindest mal diesen großen WIC hier oben bei den 48k einholen, und dann zumindest mal das Golden Pocket tangieren. Weil das Golden Pocket immer noch dieser Preisbereich ist, wo ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass wir uns diesen eben holen, Golden Pocket abholen, und von hier aus dann diese Korrektur sehen. Es würde sich sehr, sehr anbieten, weil wir hier oben eine Menge Short-Liquidation haben, und unten natürlich eine Menge Longs. Die Longs halten sich ja bei Grenzen, weil das so schnell gestern ging, dass da gar nicht so die Chance dazu da war. Aber diese Shorts hier oben, die kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wenn wir uns nämlich auch mal die Fundings und sowas angucken, die Longs sind jetzt nicht wirklich in Überhand, ganz im Gegenteil, die Funding-Rates sind sogar wieder etwas zurückgegangen. Das spricht dann wieder eher dafür, okay, wir haben wieder mehr Shorts im Markt. Das Open Interest, deutlich, deutlich zurückgegangen. Das heißt, auch hier sind wir wieder ziemlich auf Einstieg. Würde für mich einfach klar bedeuten, okay, wir werden im Laufe des Tages, sollte dieser ETF jetzt wirklich approved werden, also genehmigt werden, dass wir hier nochmal einen Pump sehen, und dann aber wirklich die richtige Korrektur. Weil damit wahrscheinlich jetzt erst einmal dann keiner mehr rechnet, weil wir jetzt eben hier schon alles aus dem Markt gespült haben. Und dann sehen wir die Korrektur, und dann geht es weiter nach oben. Aber das gestern, ein paar Leute, lasst einfach die Finger davon. Das ist absolut, ich habe es dann gestern auch immer mal wieder versucht, hier ein bisschen Updates zu geben, was da los war. Erst, wie gesagt, es wird genehmigt, dann wieder nicht. Also, keine Ahnung, keiner weiß so wirklich, was da los war. So, und da hat es, wie gesagt, auch Twitter nochmal, ja, bestätigt, we can also confirm that the account did not have two-factor authentication. Ne, also ein SEC oder ein Staats oder was weiß ich, was man dazu sagt, hat nicht mal zwei-factor-Authorizierung. Wahrscheinlich war das Passwort immer noch, Gary Gensler hasst Bitcoin oder sowas. Kann passieren, wenn das nicht dann nochmal bestätigt. Aber gut, auf jeden Fall, um nochmal, ich habe es gestern dann auch nochmal in die Telegram-Gruppe, sorry, wenn wir jetzt hier ein bisschen ausführlicher werden, aber es gab ein bisschen was zu besprechen. Ich habe es dann gestern, wo habe ich es geschrieben? Hier, genau, morgen im Video werde ich dann nochmal was zeigen. Mal einen Verweis auf ein älteres Video. Und da geht es um dieses Video. Wilde Bitcoin-Theorie kommt ein Big Short. Das Video ist jetzt mittlerweile zwei Monate alt. Und da haben wir auch über so ein Szenario gesprochen, weil es gestern auch ganz kurz in der Gruppe mal tätig war. Kriegen wir möglicherweise doch nochmal einen riesen, riesen Dump. Wir kennen es von damals, wenn ihr euch das Video mal hier im Schnellformat auch anguckt, da hatten wir so ein bisschen den Vergleich im letzten Bullrun gezogen. Auch da hatten wir so eine Ineffizienz hier unten noch in diesem Bereich mit eben Verweis darauf, okay, so eine ähnliche Situation haben wir hier unten noch bei den 18.000, 19.000 US-Dollar. Die Theorie besteht weiterhin. Auch wenn ich es nicht glaube und wir dafür schon ein sehr, sehr großes Black Swan Event brauchen, dass wir so einen Crash nochmal sehen. Also kriegt keine Panik jetzt oder sonst was. Behaltet es einfach nur mal im Hinterkopf. Es ist extrem wichtig, dass wir sowas immer mal noch im Blick behalten. Sollte so etwas nochmal passieren. Also 70% Crash. Ich gehe nicht davon aus, aber behaltet es mal im Hinterkopf und gebt euch gerne dieses Video einfach nochmal. Ansonsten, was ist jetzt im Laufe des Tages? Was steht an? Wir haben keinerlei News. Das heißt, wir warten heute wirklich nur noch auf das BTC Approval oder halt eben nicht das Approval. Die Funding Rates sind neutral. Wir haben ein sinkendes Open Interest. Sehr, sehr gut eigentlich, um nochmal diesen Pump zu bekommen. Das Schlimmste, was passieren kann, der ETF kommt nicht. Aufgrund dieser Geschichte von gestern, die jetzt passiert ist. Gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, aber man weiß nie bei der SEC oder sonstigen, was da eigentlich so abläuft. Charttechnisch gesehen würde es meiner Meinung nach am meisten Sinn ergeben. Wir gehen hier hoch, holen die Liquidität und dann kommt dieser Dump in Richtung 38.000 US-Dollar. Also an der Analyse hat sich trotz diesen Fake-Ereignissen nichts geändert. Weil charttechnisch ist es immer noch gleich. Lasst euch nicht News treiben von der ganzen Sache. Es geht hier immer noch um Chartanalyse. Ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich relativ wenig. Mehr ist dann gestern auch nicht passiert. Das ist das Einzige, wenn wir einen Short planen. Wie gesagt, die Long-Position von hier unten läuft ja noch. Von 44.000 hier hat er zum Glück nicht erwischt. Also da Schwein drauf und fünf Armen nach oben. Also Long-Position läuft noch. Das heißt, wir können hier dann immer noch, sollte heute nochmal ein BTC Approval kommen, dann können wir immer noch eine Short-Position eingehen. Und das ist auch weiterhin der Plan. Ansonsten, wie sieht es in anderen Märkten aus? Gold, wie gesagt, zweiter Take-Profit, tut sich derzeit wenig. DAX weiterhin im normalen Modus. Und jetzt kommen wir zum Nasdaq und zum S&P 500. Beide sind jetzt momentan an diesen relevanten Zielleveln. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass wir vor allem beim S&P 500 immer noch dieses All-Time-High hier oben knacken. Wir haben es nur im Future-Markt, im normalen Markt nicht. Das heißt aber auch, es müsste im Laufe des Tages noch ein Pump kommen. Wenn wir uns das Prozentual mal angucken, von knapp, wenn wir jetzt hier auf den Schlusskurs gehen, von 1,6 Prozent. Ist das möglich? Grundsätzlich ja. Sollte das passieren, werde ich instant hier Short reingehen. Weil wir dann überall Nasdaq, DAX, Dow Jones und dann auch beim S&P 500, der die 500 größten Märkte abdeckt, ein All-Time-High hätten. Und das wäre für mich dann das Zeichen, okay, jetzt können wir in den Korrektur-Modus und dann werde ich auch hier die ganzen Short-Setups reinposten. Momentan zögere ich hier noch. Auch wenn wir wirklich sagen müssen, okay, beim Nasdaq zum Beispiel sind wir hier eigentlich im perfekten Gefilde. Wir sind perfekt ins Golden Pocket rein. Die Ineffizienz wurde noch nicht gefüllt. Also auch hier haben wir noch minimales Aufwärtspotenzial. Das wird sich alles im Laufe des heutigen Tages zeigen dann, ob wir wirklich ein neues All-Time-High kriegen. Vielleicht passt das auch ganz gut. Bitcoin ETF Approval, Bitcoin Pumped, die Märkte. S&P 500 kriegt sein All-Time-High, bleibt ein bisschen so unterm Tisch. Und dann können wir hier möglicherweise Short gehen. Gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, was denn ihr kriegen, wir heute bei den Stocks möglicherweise noch als All-Time-High beim S&P 500. Und was sagt ihr zum Bitcoin ETF? Für mich pure Manipulation. Gary Gensler warnt erst noch einen Tag vorher davor. Ja, Krypto, bla bla bla, Manipulation. Und dann passiert so ein Mist, weil er keine Zwei-Faktor-Authentifizierung hat. Peinlich, peinlich, peinlich. Aber ansonsten, wie gesagt, gibt es wenig zu berichten. Gebt euch gerne, wie gesagt, dieses Video nochmal, ist in der Telegram-Gruppe angepinnt. Und ansonsten sind wir eigentlich komplett neutral erstmal eingestellt. Warten wir jetzt erstmal ab. Eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann eventuell später nochmal. Und ansonsten, ja, schönen Tag, erfolgreichen Tag. Wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay Krypto. Und wie immer, stayfrom ship. Und wie immer, stay? Vielen Dank.